So, jetzt erstmal Quest abgeben? Ja, mach mal, ich mach mir Kaffee. Dann vergiss nicht, ob eins noch ein Quest abgeben. Ja, genau. Ich muss ja überall im Prinzip jetzt sprechen, deswegen. Sing. Auch Crits schon, muss mal gucken, was rauskommt. Geil, mit der geht das auch. SDRG-Links-Klick zum Shoppen ist so angenehm, ne? Holy shit, das hat mein Leben verändert. Ist das geil. Wie. 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 Achso, den Reward konnte ich ja eben nicht annehmen stimmt. So, das war's. Uthula steht einfach hier unten auf der Map bei mir gerade, ist sehr interessant, das ist ja sehr interessant. Das ist ja sehr interessant. Ach, das ist eine Strength-Waffe tatsächlich, oh lull, okay, dann lassen wir was bei zwei Grünen. Wieso habe ich eigentlich viermal Chain, ach so, ich habe das ja einmal durch die Kampagne bekommen. Jetzt. 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 Die Kaffee fertig? Ja. stark ja klar ganz entspannt ich würde auch noch grad pinkeln geben darfst du nicht okay ja dann aber fix jetzt ne z z ja wusste gerade noch items aus ein bisschen rest zu pushen und leben und so dass ich nicht aufgehe und wie viele skillpunkte hattest du durch die quest 10 20 30 40 50 keine ahnung ich bin schon wieder raus aus das wird ich nicht noch einen wie hieß der ring genau dann gehe ich mir jetzt noch kaffee mal auf klub es gleich ja ist das so klar ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das ist schon sehr sexy jetzt. Okay. Auch zum Durchziehen wäre Tornado Shot auch schon wieder geiler. Weil, wie gesagt, man muss halt nicht erst den Damage noch entflicken. Naja. Autoclicker gerade verwendet, um Gems aufzuleveln. Cool. Ich habe natürlich sehr schnell selber geklickt. Ah ja, natürlich. Natürlich. Ich bin tatsächlich gerade Even im Level. Das ist schon sehr geil. Das ist optimal. Also. Dadurch kann man dann Kackpassagen skippen. Zum Beispiel die hier. Okay. Und auch richtig geil, dass man die Labs nicht mehr machen muss. Ja doch, hier geht das Blut an. Erst ein Schrein. Ah. Ich find's Schrein. Oh. Oh. Holy Shit, das lag los. Zu lange an Gegnern dran gestanden und gar nichts gemacht. Perfekt. Gar nichts. Gar nichts gemacht. Nur ein wenig Dunkel. Du Rast appreciate. Ja. Ja. Du. 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 Ja. Du. 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 Aber ich bin im Zweifeln, ob ich mir tatsächlich Increased Effect holen soll und die Inkling Orbs sogar noch verwenden soll für meine Flags, nur für die paar Tage, wo du nicht da bist. Ich kann ja selber zwei Tage davon nicht spielen wahrscheinlich, oder einen, einen glaube ich. Oder ist denn der Sage-Fack? Ne. Ne, zum Glück nicht. Da fehlen wir wieder alles da. Jetzt hab ich schon wieder Zeit verschwindet noch. Das ist gerade noch mit Blood Rage aktiviert. Wie viele Explosionen da sind. Ich kann einfach von dieser Welle weglaufen, die der gemacht hat. Also nicht seitlich weglaufen, sondern weglaufen. Seitlich wär er dort schon. Oh. Dann lass mal den Rand entlang laufen. Deswegen zeigt was. Okay. Alter, das ist 142? Die weinen. Das ist ein Service, I guess. Ja, würde ich auch sagen. Any Rarity? Neu. Warte, ist das das? Nein. Okay. Ja, ich wusste es. Ah nein, ich hab da nicht drauf gelungen. Doch. Hä? The Redlands? Das ist doch dann... Doch, wir müssen uns hier suchen. Doch, es geht weiter. Ja, aber ich glaube wir müssen das... Also ich laufe eben nicht durch. Äh, ich gehe jetzt zum Portal. Zum Waypoint. Wenn die Wein gedroppt, so ist es normalerweise in der Kampagne. Eigentlich genau so. Ja, theoretisch wäre der Portal offen. Ja, warte, ich hab bei You Point, dann bin ich da. Zack. Einfach die Wein gedroppt, ne? Junge. Das schon strong. Das schon nice. Alle drei Stunden einen die Wein droppen. Hä, wohin? Ja, unten. Ach so, nach unten. Das ist gespiegelt. Ach so. Ja, K ist ja noch ein Meteor. In der Regel juckt mich das nicht. Der Salmon-Evasion-Rating ist gerade aufgebaut. In der Regel. Ja, mit knapp 100k. Fock. Ja, ja, ich... Na ja, ein schlechter Wort für die Idee, ja. Äh... Joah. Lieber ein neues Portal aufbauen, was länger dauert, als mit dem H-Bud drüber zu laufen. Anstatt drüber zu laufen, ja. Ich spreche gerade mal mit allen. Ja. Ist aber nicht so viel tatsächlich. Ja. Ja, theoretisch müsstest du dich ja dann bei mir drauf porten können. Ja. Links halten, bitte. Boah. Geiler Typ. Hier ist übrigens auch die Steine, ne? Habe ich jetzt gerade realisiert, dass man hier auch auf die Steine achten kann beim Weg für die sind, ne? Wie bei Alira. Wie kommen wir da hin? Hä? Wollen wir jetzt weitergehen, oder wie kommen wir da hin? Ja... Hä? Ach, Bruder. Ja, okay. Warte, wir laufen ein bisschen so. Dann kriegst du noch Experience. Dann hier im Bogen, ne? Da ist der Bogen. Hä? Ist das auf der rechten Seite? Das ist so Giga-Rare. Oder oben halt. Hier, wollt ihr ja den Lightning schleuen. Yeah! Jetzt gehst du ab, Junge. Zeng, zeng, zeng. Ja, alldei! Das ist links unten. Nur zum Baten haben die das gemacht, wenn wir langsamer in der Kampagne sind wahrscheinlich. Kann ich, ne? Extra für uns. Extra für uns. Dann haben wir den. Dann können wir eigentlich direkt skippen. Und auf Enger muss man das alles machen. Warte noch. Ich glaub, du kannst noch nicht hier durch. Ja. Ja. Ja, geh nochmal eine hier zurück für die Black Flag. Ja, ist sie auch nicht hier? Ja! Ich kann nicht erst so zurück für die Black Flag. Weil wir müssen zurück, weil du ja noch die Black Flag brauchst. Hätte ich es nicht am Anfang da von der Bude. Ich glaub eben von der anderen Seite. Ich hab den Divine Drop wahrscheinlich nicht gehört. Ähm. Hätte ich nicht meinen Item Filter. Weil da sagt der Maven extra. Divine. Hab den. Hab. Und dieses Jing hätte ich wahrscheinlich einfach nicht gehört. Das wäre zu leise gewesen. Aber da du ja meinen Stream offen machst. Ja. Aber ich guck da eigentlich hin. Ne. Ich mein wegen dem Sound. Der Sound dann. Ja, den Sound hab ich ja natürlich auch nicht an, ne? Leck, leck. Ich hab mich ja doppelt. Nicht? Ich dachte, du lässt mich gern reden. Und dich auch noch. Ich dachte, du lässt mich auch gern reden. Ja, kommst du? Kommen sie. Jetzt bin ich wieder River Waste. Ach so. Och, Digga. Ja. Ich mach dir ein Portal auf. Kannst du auf meinen Punkt klücken. Ja, aber hast du jetzt die Black? Die Black habe ich, ja. Hab ich. Jetzt bin ich schon genauso. Die bin ich angezeigt. Er muss halt die ganzen Whales zurücklaufen da, ne? Boah. Ach. Ach. Hier kann man da weg. Hi. Geil. Muss ich mir selber casten. Geil. Geil doch Meilo. Oh. 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 Sorry. Entschuldige ich mich ja. Ey. Juckende Seufzer. Oh. 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 das Haus rein, wenn du willst. Gucken wir mal ein Mirage-Arscher, dass er alleine kann. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ach, ich muss den neu casten. Ja, sieht so aus, ne? Ich hatte ja jetzt sogar noch ein Trash-Item aufgehoben. Your torch doesn't have enough fuel to ignite. Wenn er sich noch wegportet, sehe ich, wie du hinterher kommst. Na? Gehst du dann auch auf Crit? Ja, ne? Bei Frosting, wie ich so. Ja. Naja, sind dann... Ich werde nicht die 99 Mille machen wie der eine Typ, weil 2k live einfach zu wenig ist. Was halt wieder einfach nur einer der PoE-Ninja da am weitesten sein will. Ja, genau. Ja, das auf jeden Fall. Ah, die durchschnittlichen 30 Mille Geeks sind meine. Also 3500 würde ich schon sagen, ist eine Livebar, die man mindestens haben müsste, egal wie Tinky man ist. Ja, geht. Also ich komme eigentlich immer mit 3k, klar. Ja, kann man auch. Aber bitte fangen einfach an, besser. Die hat hier diesen riesen Text immer zu erzählen. Oha, ura. Oh. Wie, ich kann nicht in dem Wasser stehen. Oh. 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 O-A-E. Oh. 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 Oh, ich bin jetzt langsam das Portal wieder. Ach, Schoffen. Hallo. Hallo.